Der Wald ist einfach eine Ambiente, wo Kinder an sich untereinander und auch wir als Erwachsene gemütlich zusammenleben können. Ich bin dann immer mehr in das eine gewachsen und je mehr ich selber im Wald war und gesehen wie es meine Kinder im Wald geht, desto richtiger und sinnvoller ist mir das vorgekommen, desto glücklicher und dankbarer war ich, dass wir das Projekt gestartet haben. Die Natur hat einfach die Auswirkung, dass es viele Dinge erleichtert und dass man vieles, was auch Kraft kostet, so oft in den Räumlichkeiten drinnen, einfach wegfällt. Einmal ist so einer von den Bäumen gekommen und der hat dann die komischen Dinge gehabt und der hat sich unten gelegt und dann ist er auf die Bäume gestiegen. Ausatmen 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 Vielen Dank.